1688, da sind im Kliniksee 70 Walfahrer ertrunken. Sie hatte bereits eine Tiefe von 500 Meter. Jetzt haben wir Informationen in Englisch an der right Seite. Der Cliff is called Falkenstein, und you see a little red cross. Dann kam die Masse, der Papste, Röbelkante, Auto, oder Memorialdreig. Er war aus einer Accident in 1688, da ist ein relativ Urgangs. Unter vorderrecht sich und 3 St. Bartolomeu. Fünf Kilometer sind wir davon entfernt. Eine halbe Stunde Fahrzeit. Im Hintergrund von Bartolomeu, ein großes Grenzgebirge, das Spinnmunebuer. Wenn Kranto fast, du siehst die Chapel Bartolomeu, We are 5 km far away from it, and we don't have an hour to reach it. Behind them the mountain is called Stony Ocean, the border between Germany and Austria. Dann schauen wir da nach rechts rückwärts, also aus der Richtung wo wir hergekommen sind. Ganz draußen am Horizontengebirgsbezug das Latingebirge. Das wiederum ist ein Herz. Sie sieht die Bilder, man sagt dazu auch schlafen kann ich nicht sehen. Die liegt auch im Rücken, der Kopf ist echt. Look to the back, the mountain at the horizon is named Sleeping Witch. Sie haben the right side the nose, the mouth, the wrist, and it looks like a young witch. Trezesse, alles spitz und zackig. Die Linke hat da noch ein kleiner Wasserfall, der Königsbach kommt gleich die letzten 200 Meter runter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017